Hey, Lucario, bist du noch da? Guck alle an. Schön. Nein, 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 hä? Guck mal, Lucario ist nicht mehr da. Alter, den knall ich ein, wenn der aus dem Urlaub kommt. Sein Onkel hier so anzulügen. Den gebe ich Five Nights at Freddy's Gesicht. Eigentlich Permaband. Und wenn ich morgen schreibe, ja, ich bin eingeschlafen. Natürlich. Vernünftig Licht müssen wir hier auch noch hinkriegen, ne? Da müssten wir dann irgendwann auch ins Nether. Für Glowstone. Zap, zap. So viel Scheißstein hier. Die Höhe haben wir erst mal. Reicht das hier überhaupt? Na, ist nicht schlimm. Dann gehen wir halt nochmal ein Feld drüber. Äh, ähm. Wobei, wir können ja auch erst mal eine Seite... Na, wie wir machen, wenn wir denn schon beide Seiten, ne? Ich pflanze hier mal an erst mal. Angepflanzt. Boah, hinuntervoll. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Mittwoch streame, wird es wahrscheinlich keine Kekse geben. Aber ich kann auch nicht am Mittwoch streamen, keine Kekse haben und ich streame und zocke mit der Kishu. Das geht hier auch nicht. Das wird sie nicht so witzig finden, wenn ich keine Kekse habe. Na ja, dann hole ich nochmal neue. Ich will erstmal wieder eine Pause machen. So, das haben wir. Ich würde das einfach mal für die Optik mit Steinen ersetzen. Hier. Da lassen wir noch offen. Gut. Ja, hier müssen wir leider... Okay, warte. Ich schließe erst mal hier an, dann wissen wir es genau. Erst mal hier. Ach, wir haben eh keinen Wettstown. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zwei behalten wir mal hier. Okay. Zulange wir die Links noch nicht haben, schmeißen wir die weg. Und dann sehen wir mal hier. Oh. 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 Oh, hier hätten wir auch noch einen. Oh, gut. Einer bringt uns jetzt auch nicht so wirklich weit. Oh. Aber was? Ja, komm. Dann holen wir mal mit rein. Ähm. Tsch. Brennen wir einfach noch mal welche. Einfach mal mit Kohle. Ein bisschen was haben wir ja jetzt an Koli hier. Geh das mal. Oh, Florian. Abo, kann ich absolut verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, und runter. Ja, doch, wir gehen erstmal runter. Ja. Ja, man hätte so eine Etage tiefer setzen können. Oder vielleicht sogar zwei, aber ist egal. Ich reiß das jetzt nicht nochmal ab. Nee, 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 nee. Wir machen das erstmal hier mit der Schaltung auch so rudimentär. Abo. Deine Junge, der stinkt doch wie Sau, Mann. Grüß dich, Don. Du Schnecke. Ja, ist so. Mal hier einen Knopf machen. Reicht das wahrscheinlich nicht, wa? Hat der komplett ausgeschlagen? Warum sagt mir das mal keiner? Mann. Der muss doch hier drauf. Wenn du einmal Zeit, müssen wir mal in einem reden. Und wir beide, schön, würde auch gerne mal Minecraft probieren. Aber keine Ahnung, wie das geht. Hast du noch nie Minecraft gespielt, Don? Noch nie? Noch nie nicht? Noch nie? Dann direkt Minecraft-RPG. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt noch nie Minecraft gespielt hat, ist es wirklich eine sehr schlechte Zeit, mit Minecraft anzufangen. Weil so viele Sachen, die es jetzt gibt, und wenn man es halt von Anfang an gespielt hat, dann kennt man die, ne? Aber, natürlich kommst du da rein. Logisch, können wir gerne mal machen. Können wir gerne mal drüber sprechen. Da kann auch bestimmt Serververpost einen kleinen Server einrichten. Ja. So klitzeklein. Haha. 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 Wäre ja auch mal so eine Überlegung, ne? Ich denke mal, irgendwann sind wir ja auch mit dem... Lustig. Ich denke mal, irgendwann sind wir ja auch mit dem Minecraft-RPG-Projekt durch, ne? Ich meine damit jetzt nicht, dass wir bis zum Ende sind, ne? Sondern irgendwann machen wir da, denke ich mal, auch irgendwo einen Strich, ne? Und dann kann man halt so einen Minecraft-Server machen, so wie wir es machen, mit Eggie und so, ähm, mit Eggie und Battle. Dass man dann sagt, okay, dann macht man alle zwei Wochen Minecraft-Server, ne? Mit ein paar Leuten aus der Community oder so. Aber ich denke mal, das war dem Battle klar, dass wir den, ähm, Server nicht durchspielen werden. Haha. So lange lebe ich nicht. Die Sitter wäre der Battle auch dabei. Ist doch super. Forz hatte noch Time Out. Ach, okay, okay, okay. Übrigens, Battle, die letzte Aufnahme, die wir gezockt haben mit Eggie, ne? Die wird nicht auf YouTube hochgeladen, weil das Bild nach der Aufnahme schwarz war. Es gibt kein Bild. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das ist noch nie gewesen. Noch nie. Noch nie nicht war das gewesen. Das schafft ihr nicht. Wenn ihr Bock habt, mir das beizubringen, ich wäre dabei. Klar, also, ich hätte da auch Bock drauf. Können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, ne? Dann können wir das gerne mal machen. Mit mehreren Minecraft-Spielen ist natürlich immer noch mal eine andere Nummer. Ich spiele es natürlich auch gerne alleine. Und man muss vorher definitiv festlegen, was man machen möchte. Ob man einfach nur albern möchte oder ob man wirklich zusammen irgendwie was Geiles bauen will. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du Minecraft spielst und einer tanzt immer aus der Reihe. Das muss alles noch anders gemacht werden, wenn du mal zu steuern. Das gefällt mir noch nicht. Die Sets sieht noch kacke aus, auf jeden Fall. Okay. Okay. Also, Redstone-Don ist übrigens quasi wie ein Stromkabel. Redstone kannst du mit einem Stromkabel vergleichen, dass du das schon mal weißt. Als Führer anbieten. Okay, okay. Also, wenn dann schon was... Genau. Da wäre ich auch für. Ich hätte da so richtig Bock drauf auf so richtig geiles, krasses Projekt. So, ne? So ein richtig geiles Ding irgendwie. Von mir aus Hogwarts. Oder irgendwie sowas. So ein richtig geiles, fettes Ding bauen. Und auch nicht irgendwie großartig mit Motz oder so. Ne? Das müsste ich jetzt auch nicht. Dinget haben. Ja, jetzt... Der Vati sieht das doch gar nicht, ob man ausfahren. Jo. Wir fahren an der Haus, okay. Gut. Ja, das schon. Aber ich meine jetzt so, äh... So komische Plugins, ne? Das muss jetzt nicht sein. Nächste. Dann machen wir einen richtig schicken Server bei Server for Proos. Übrigens, falls einer von euch einen Server braucht, helft euch gerne bei Server for Proos. Er hat mich letztens mal auch einfach bei... Zweimal haben mittlerweile schon. Zweimal bei sich bei Instagram... ...äh... ...verlinkt. Das kleine Schnuckelchen. Zack. Ab morgen geht das aber nicht mehr. Okay. So. Der Bums wächst jetzt hier. Okay. Alles klar. In der Mitte muss auf jeden Fall... ...ne Wand zwisseln. Ah. Oh. Der hat doch eigentlich... Der Bambus hat gar keine Chancen abzuhauen. So. Ach, hier haben wir noch. So. Jetzt muss aber hier mal Licht rein. Machen wir erst mal mit Fackel an, das geht ja gerade mal. Hier Licht rein. Und hier drauf setzen wir auch erst mal Licht, damit das Ding erst mal wächst. Ja, ist so. Ist so. Ich habe ja auch letztes Mal und einen Keks, genau. Ich habe ja auch letztes Mal Battle sein Name geleakt im Stream. Ja, ich habe ja auch letztes Mal. Ich habe ja auch letztes Mal. Für den Lied, okay, ist klar. Ja, okay, ist gebombt. Zack, weg ist der Keks. Wir sind ja jetzt noch drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nein, die esse ich heute an Nacht. Und meine Hawaii-Pizza ohne Schinken. Falsche Musik, aber ist jetzt auch egal. Das ist jetzt nur einmal kurz testen, ja. Äh, 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 äh. Äh, 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 wie heißt das Ding jetzt hier? Ich kenne das nur noch als Unterlore. Äh, 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 äh. doch lore und bist doch okay als gerade falsch geschrieben wurden ist dann unter lore drin okay da haben wir eine lore ja und richter aber dass es automatisch in den ofen geht das sehe ich noch ja doch sehe ich schon aber noch nicht warte mal wie krieg ich das ding jetzt angeschubst nein es ist in der mitte gefallen noch nie ist ein richter gefallen warum klappt warum geht dass ich in die kiste rein das ist ein das ist ein das ist ein